we are ghosts sollst du mal eine mörse reinballern? ich bin noch nicht mehr daneben, mach was du willst ich weiß nicht wie ich zu dir kommen soll mörsehre verstehe kugel ablenkung ja in Wahrheit bin ich der mörse scheiße ich hab Mörser gemacht und in dem Moment Rebellen gerufen und die Rebellen genau in diesem Zeitpunkt genau im Mörserbereich sehs dabei hast du ja etwas bombardiert was ja gar nichts bringt weil die in dem Gebäude sind nein nein die sind in dem Gebäude drin die Gegner ach so Astromania auch Weltchiff ja wie so ein genervtes Kleinkind ich meine nicht du da machst wie die weiber da im Kreis und der kleine junge da mitmacht ne oder nicht ja aber typ keine Ahnung was genau ist wie geil das gerade verkommt ein Gegner hier ne und wir stehen da so 15 Rebellen und ne ballern alle aufstehen stopp das Motorrad ist jetzt meins ich bin auch nicht da wow nice wie das gerade aussah das Motorrad schieb mich einfach weg Trink gleich da ich dachte du hast schon angefangen ja warum zweites ist es viel besser zweites ist es viel besser weil ich schon alle Gegner gekillt hab haha ich hack das Ding schon ne du hast nicht alle getötet ne ich hab mal das Ding auch schon gackt das Ding ist nämlich unten am Boden ja dann gehe ich wieder raus ach bist du auch noch hier ja gut dann zu meinem markierten Motorrad weiß ich nicht ey ich war mit Uber 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 Motorrad nach Motorfahrt vor dem Motorfahrt Motorfahrt gut jetzt habe ich auch mal scheiße geparkt hast ein Auto jetzt? wo hast du denn gemarkiert? da vorne rechts oder links? da vorne links ich hab keine Markierung als Nehmeinsatz oder was? nein ich hab was markiert Waffenkiste oder so bist du blind oder was? da da ah was macht A oder B und du weißt ja dass du irgendwas weißt mh ich hebe ab ich weiß hallo leider aufs Auto im Kopf gelegt ich bin froh ich bin froh dass ich da wenn nicht mit dem Motorrad angefahrt bin das hättest du ey das wäre ja gewesen eigentlich nein es wäre dann die Nummer 3 gewesen aller guten Dinge sind drei aber nicht aller guten verrät sache ich schon Dinge ja entschuldigung wenn das für mich aussieht als wäre es ein Auto entschuldigung entschuldigung der MC hat gerade den MCC überfahren der MCC hat den MCC überfahren da sind drei Zivilisten genau niederung ich hab das Auto wieder aufgebockt das Problem ist das Auto ist ne Frontantriebler mit Frontantriebler mit Frontantriebler mit Frontantriebler mit Frontantrieb mit Frontantriebler mit Frontantriebler ja ich gehe euch wieder frei ja ja was machst du hier hallo ich ja du fährst da rein wir raus rein wir raus da gehauen ich bin ein Mörder da Platz da Mazda oh ich bin am Boden gibst du aufpassen ja jetzt überfahre dich auch noch ja aber ich bin erschrocken sonst hätte ich dich jetzt getötet mit voller Absicht mit maximaler Absicht nein die schießen mich an ne echt ich dachte die schießen einfach nur in den Busch aber sie kämpfen sich jetzt gegenseitig vielen Dank danke und du bist mit drin ja egal ich bin ein bisschen geschützt oh was ist denn in der Waffenkiste schönes aha ein stumm Gewehre hey weißt du das nein ich schieße grad gegen Unitat nein will ich es dir mal glauben ich bin am Boden ja ich bring den Öllieferanten mal kurz weg ich lege trotzdem am Boden ja ich muss erst mal was erreichen von denen ich bin trotzdem am Boden ja das weiß ich auch in 10 Minuten noch also musst du die Waffenkiste noch holen ja ich belebe dich doch wieder keine Angst man keine Angst ich lege wohl noch am Boden in 20 Sekunden keine Angst wann hat das lange gedauert keine Angst keine Angst keine Angst jetzt hab ich da wieder rein ey warte ich hab ne gute Idee ich hab ne gute Idee ey ey voll krass die Idee ey voll krass ich renne da einfach rein ich weiß jetzt nicht ob die Idee so krass ist wie sie sich anhört aktuell aber direktes Feuer gebeten ich hab sie eine Brenner 2 ja was ich bin doch alleine ich hab sie schafft sorry ich hab schon mal markiert ne du musst doch weg was ich bringen oder du musst doch weg was ich bringen oder nein zu meinem Ölwagen bum bum kachink kachink Alter voll das Feuerwerk hier von wegen Feuerwerk ich hab's nicht getroffen Herr Penner hallo du kannst mich nicht wegdäun ich steu dich weg ich bin der Tyrannosaurus Rex fahr jetzt einfach hier eiskalt gerade aus ich hebe ab ja nicht ganz aber ich hebe ab hallo hallo hast du mich überholt den Bug wieder raus haaaaaa steck mir nicht steck mir nicht nein der Baum blockiert mich ich bin auch zwischen dem Felsen und dem Baum gefangen im Fall wo häng ich sorry die Lieferung kommt nicht an wo hängste denn zwischen dem Felsen und dem Baum oh ich aber ich hab perfekt eingepackt für die Zukunft ich auch guck mal die ist nötig haben achso natürlich nicht was ich andeulen sag mal dieses Auto ne ich kann nicht andeulen aber das ist tödlich warte ich steu dich an granate hola putas hola putas hola falsche seite Auto 2 ist brei es ist brei und frei wir haben brei und frei gelöst lauf 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 die war lauf in den Dschungel hey wir sind mit dem Dschungel drin es hat echt aufhören zu wo genau er saugt sich ran so langsam laufen wo wir gleich schnell sind nein sind wir nicht viel cooler als das steht offiziell in den spielregeln drin der dennis ist immer viel cooler zu kennen das ist in den spielregeln drin nein warte mal guck dir das mal an guck dir das einfach mal hier ist einfach so ein karro und ein zelt sogar zwei zelt und ein generator und hier fischen die leute und schürfen gold sind goldschürfer hier lassen wir den gold clown goldschürfer dennis banken umgedreht man es ist umgedreht eine bank ja am eine von drei waffen kisten zwei von vier zubehör kisten drei von acht fertigkeitspunkten und zwei von zwei bundesorten und fünf und elf kingsleiter teil da ist eine kingsleiter teil losgeleitet eine waffenkiste gleichzeitig also da sicher relativ daneben warum bitten wir die rebellen darum ja 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 auf zum helikopter der kann ja nicht so weit entfernt sein zwei kilometer später ja sind links da und guck mal hier der heli hat genau neben den sachen gepasst wow da vorne 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 links ich bin der pilot ich bin der pilot was bringt das bitte wenn du hilly fliegst und sagst mein bruder bei der nevi sagt er dann aber mir gesagt bei der nevi ja nicht wie die nevi wieso ist bitten offen fällt die kingsleiter teil versteckt warum nicht mehr da erwartet die niemand ja wahrscheinlich weil hier jemand geert werden sollte hey mach mal platz ein bietchen weiß eine mama kuka es war mama kuka gewesen ich bin die mama kuka ich bin gespannt wie wir eigentlich nach der session wieder aussehen naja das ist zufällig die lautet jetzt lass mich doch jemand töten ich bin einfach nur aggressiv weil du mich zweimal umgebracht hast hast du mir sagen tango ja ich mag keine tangos tango ist einfach nur hunde auf zum heli fahren und dann wohin auf zum heli fahren was denn du machst nicht mein heli kaputt ne bleibt stehen bleibt stehen das kann tödlich enden das weißt du und beim dritten mal weißt du was dann passiert ja dann wirst du energisch dann wird sein lassen dort dann bin ich tiep ich bin out auch nicht okay gewusst auf damit die ganzen boote bei mir gerade gespawnt sind ich dachte das wären freunde warum sind das dann gegner ja das geht ja mal gar nicht weil der feind des freundes hey da ist einfach wie ein passagier ich drück drauf und dann liegen wir bei dem wasser aber ich bin der wasserkasper markier schon mal hallo marcus ich danke dir ich bin am boden ja gut immerhin etwas jeder setzt seine prioritäten anders ja ich weiß der heli war mir gerade lieber das glaube ich dir sogar warum glaube ich dir das wow markier ich mal der fährt der mal wow das boot steckt fest ich kann nicht mehr ich bin noch mal am boden echt jetzt ja das boot steckte fest und ich stecke im boot ich stecke im boot denn er ist bald tot das boot kaputt mega spätsmesser da hat er hat irgendwie eine opfer auf die andere seite Das war ein bisschen zu tief. Das ist doch nicht der andere Seite.